Every day I'm shufflin Every day I'm shufflin Willkommen zurück zu Dead Space Leute Ich muss jetzt leise sein weil ich will wissen was auf der anderen Seite dieser Tür ist Vielleicht ja das wahrscheinlich Wohl größte Geheimnis ever Ich geh rein! Gentleman Darf ich kurz schauen? Ey In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden Hören Sie nicht auf zu glauben Was in der Kolonie passiert ist Ist keine Tragödie Es ist Gottes Werk Es ist um einiges fantastischer Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden Dass sich Gottes Plan entfaltet Und dass wir seine Erben sind Wir werden auferstehen Alles woran wir glauben wird wahr Unitology Ist die Wahrheit Und ihr Tod Ist nur die erste Phase Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken Und schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben Jetzt wissen wir auch was die wollen Wir Laren Das ist es wonach wir all die Jahre gesucht haben Das ist es worauf wir gewartet haben Nicht auf sie Kommen sie zurück Kommen sie zurück Er hat also quasi Irgendwie so ne Art Ja Ja Das ist sieht grinding Für wurde Das ist 力 abe halbleiter rufin geil wo müssen wir denn lang? hoppla moin da lang? ach da durch gut dass ich das jetzt weiß na hop 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 so so komm her, ah ok dann ziehen wir das einfach mal aber ich habe auch kein leben im moment oder? komm ich da durch? weiß ich noch nicht ja komm ich da ist Gott sei Dank niemand aber ein Medi-Pack für uns, oh shay wo lang? da durch, ah super hab ich noch einen Stasel-Pack na benutze ich mir mal äh oh alter alter die sind alle leicht bekloppt oh das wollte ich eigentlich ja nicht was war das? da war doch grad was da war's gesehen egal hier liegt was da, da, da war's schon wieder irgendwie oh oh hoppla Nav-Karte und Medi-Pack-Mittel was ich auf jeden Fall einsetzen werde weil jetzt habe ich wieder lebt diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr mein Freund bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich aber meine Kreation ist frei wieder geboren in die tosende Itze des Lebens jetzt bin ich freundlich 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 oh Gott oh Gott ja klar ich schieße wieder durch ihn durch oh Gott oh Gott okay boom 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 wie soll ich das jetzt machen bitte boom 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 so ja klar boom 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 ah ja boom 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 äh warte mal boom boom ah neiin nein Wo komme ich jetzt eigentlich noch da durch? Wo muss ich denn langen? Ich muss da tatsächlich durch. Leck mich doch. Ich kann nicht durch. Ich komme da auch nicht durch, oder? Doch, da. Da komme ich durch. Lass mich durch. Oh nein. Oh nein. Okay. Wie mache ich das jetzt? Okay. Irgendwas wird mir einfallen. Irgendwas wird mir einfallen. Oh Gott. Na komm. Na komm schon. Verarsch mich doch nicht. Na super. Aua. Genau. Lade so nach, dass ich am besten gar nicht mehr überlebe. Okay. Wie mache ich das? Hallo. Boah. Ich lebe. Boah. Sachen. Nein. Das Vieh steht jetzt nicht ehrlich da, oder? Wo lang? Okay. Ich muss da raus. Schneller raus. Schneller. Ah. Ah. Mama. Okay. Schön. Natürlich. Natürlich. Genau. Spring genau da raus, wo ich stehe. Okay. Oh nein. Nicht der. Ja. 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 Da komm ich noch nicht ran, oder was? Nein! Oh Gott Geh weg, Mann Aua Bin schon dabei Nein! Fuck Geh weg Ausgezeichnete Arbeiten, Mr. Klack, wirklich ausgezeichnet Und jetzt kommen Sie zu mir in den Wibber Nein! Lass mich rein! Schön, bin ich denn jetzt los geworden? Hallo? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl Das war der erste Shop Oh, Alter Nein, 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 nein Ist das dein Ernst? Bin gerade ein bisschen beschäftigt, sorry Oh Gott Entschuldigung Bin gerade beschäftigt Ach komm, das ist doch nix Ach komm, das ist doch nix Kann ich das Ding nachladen? Ne, vielleicht nix wir dafür haben Oh Gott Ich lad nach Okay Alter Ich komme ja überhaupt nicht mehr raus, oder was? Alter Wie viele sind das? Weg dich Weg, ey Weg Weg Wie viele sind das? Tausend? Sauhaufen Alter 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 Kann man nicht mal in einer Ruhe mal hier alles machen, ey? Das geht ja gar nicht hier, ey Das ist weg da Boah Pfff Ja, äh Ich bin sprachlos Also eigentlich wollte ich ja shoppen Aber ich kam ja nicht dazu Super Äh Ja, wir haben so wenig Geld Ich könnte natürlich mal was verkaufen Hier, Energie, Laser, Kanone Kostet alles 4.000 Ja, da, können wir uns den jetzt kaufen Der kostet immer noch zu viel Pulsgewehren, ey, nee Das kann ich noch verkaufen Ja Können wir uns den Anzug kaufen So, den Anzug kaufe ich mir jetzt aber garantiert Boah Sonst haben wir hier sonst ein Problem Auch wenn ich jetzt pleite bin Und ich habe da so ein paar technische Schwierigkeiten mit Munition Anzug ist immer noch besser als gar nichts So, Anzug Level 4 Zack Seht immer irgendwie anders aus Ne Doch Ich weiß es nicht Ich sehe es nicht Ja, genau Geh auf 9 Flames Hey, das sieht geil aus Ich bekomme langsam immer mehr so Sachen halt So noch 300 Credits Das reicht jetzt aber auch ehrlich Dafür sehen wir gar nicht mal so schlecht aus Gute ich jetzt mal an Die ist leer Wo müssen wir jetzt lang Hoch Okay Gehen wir mal hoch, oder Müssen wir jetzt da rein Oh ja Aber bevor wir da reingehen Speichern wir erstmal Weil das war Ganz schön Eine lange Folge Für heute Gut Boah Das Ende aller Tage Das war das Ende aller Tage Ähm, ja Ich sage schon mal Tschüss Bis zur nächsten Folge Ciao